Herzlich willkommen bei Tiermaestro, dem Tierkanal. Auf diesem Kanal haben wir wissenswerte Informationen und spannende Fakten aus unseren redaktionellen Arbeiten in Videoform für euch zusammengetragen. Über einen Daumen hoch und ein Abo würden wir uns freuen. Bei Fragen hinterlasst uns gerne ein Kommentar. Heute geht es um den Doc Copenhagen Comfort Walk Pro Harness Classic. Wir reden darüber, was dieses ist, welche Funktionen es mit sich bringt und welche Vor- und Nachteile es hat. Weiteres nach dem Video Hinweis. Alle in diesem Video angesprochenen Empfehlungen findet ihr unterhalb dieses Videos in der Infobox. Dort findet ihr nicht nur das aktuelle Top-Angebot, bei dem ihr sparen könnt, sondern auch finden sich in der Videobeschreibung die wichtigsten Informationen zu diesem Video und weitere Tipps. Nun weiterhin viel Spaß mit dem Video. Die Marke Doc Copenhagen wurde 2015 gegründet. Die hochwertigen Produkte können bereits heute in mehr als 20 Ländern über exklusive Händler erworben werden. Der Doc Copenhagen Comfort Walk Pro Harness Classic ist ein Hundegeschirr. Ein Hundegeschirr ist in etwa das gleiche wie ein Halsband nur dass man dieses am Bauch befestigt. Das Hundegeschirr mit Griff ist an den hochwertigen Original 3M-Applikationen reflektierend, was zur Sicherheit ihres Hundes beitragen kann. Der mit Kunstleder überzogene Assistiergriff auf der Rückenseite erlaubt eine schnelle Kontrolle des Hundes. Eine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit für die Hundemarke ist vorhanden. Vorteil. Der große Vorteil eines Geschirrs gegenüber einem Halsband ist, dass es den Druck gleichmäßig verteilt und dabei die Halsregion ausspart. Nachteil. Doch auch hier gibt es einiges zu beachten, denn ein Brustgeschirr, das nicht richtig sitzt, kann dem Hund ebenfalls gesundheitliche Schäden zufügen. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Tiermaestro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020